Das hier ist ein Ono. Alles, was du im Straßenverkehr an deiner Seite brauchst. Ono informiert dich in Echtzeit über den Verkehr in deiner Nähe. Während der Fahrt warnt dich das Ono so vor Radarfallen, Unfällen, Gefahren im Straßenverkehr und viel mehr. Probieren wir es aus. Installiere das Ono an einer beliebigen Stelle in deinem Auto. Sobald du das Ono installiert hast, lädst du dir die Ono Connect App aus dem App Store oder bei Google Play herunter. Das Ono verbindet sich über Bluetooth. Halte dazu dein Telefon in die Nähe des Onos und drücke die Taste für drei Sekunden. Du bist jetzt verbunden und wirst es jedes Mal wieder sein, wenn du in das Fahrzeug einsteigst. Das Ono warnt dich mit einem Ton und einem Blinken, bevor du auf Gefahr im Straßenverkehr stößt. Innerhalb der App kannst du alles so einstellen, wie du es möchtest. Du kannst zum Beispiel auswählen, welche Warnungen du erhalten möchtest oder wie groß die Warndistanz sein soll. Im Gegensatz zu anderen Verkehrs-Apps ist das Ono so einfach, wie es nur geht. Es verbindet sich automatisch jedes Mal, wenn du in dein Auto einsteigst, sodass du nie mehr dein Telefon aus der Tasche holen musst. Aber was noch wichtiger ist, es erfordert nicht deine Aufmerksamkeit während der Fahrt. Nie mehr dein Smartphone im Verkehr bedienen. Das Ono verlässt sich auf seine Community-Mitglieder. Der erste, der einen Vorfall bemerkt, drückt auf das Ono und der Rest der Community wird informiert. Oh, da gibt es einen Blitzer. Drücke einmal für eine Radarfalle und zweimal für alles andere. Der nächste Fahrer, der den gleichen Vorfall erlebt, wird dann vorzeitig darüber informiert. So wie ich gerade. Der Fahrer drückt dann auch auf das Ono und bestätigt somit den Vorfall. Es ist wirklich einfach. Mit mehr als 5 Millionen Nutzern in 50 Ländern versorgt dich die Ono-Community mit allen wichtigen Informationen, damit du unterwegs immer konzentriert und vernetzt bleiben kannst. Kaufe jetzt deinen Ono und werde Teil unserer Fahrer-Community.